Jeder, der in den nächsten 60 Monaten das Auslaufen seiner Zinsfestschreibung vor sich hat, der sollte sich grundsätzlich mit dem Thema Anschlussfinanzierung bzw. Forward-Darlehen schon beschäftigen, die Zinsen im Auge haben und gerade wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen in den nächsten Jahren deutlicher steigen werden, dann ist ein Forward-Darlehen die große Chance, sich das heute sehr, sehr günstige Zinsniveau auch einfach lange Zeit im Voraus schon abzusichern. Wenn jemand wenig risikoervers, sondern eher risikofreudig ist, kann man da natürlich auch ein Stück weit auf Sicht fahren, sollte aber den Zinsmarkt einfach täglich im Auge haben, um dann eben auch kurzfristig auf mögliche Zinssprünge reagieren zu können.